Freundinnen und Freunde der Astrologie, schon lange wollte ich euch die 90-Sekunden-Regel mal als Video zur Verfügung stellen. Jetzt ist es soweit. In diesem Video erfahrt ihr, was es mit dieser neurowissenschaftlich basierten Regel auf sich hat und warum sie uns so nützlich sein kann. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast zu diesem Beitrag über die 90-Sekunden-Regel. Das ist eine Formel und eine Übung, die uns hilft, mit den Marskräften im Horoskop besser umzugehen. Der Mars, auch bekannt als Powerplanet oder Kampfplanet, steht im Horoskop für Selbstbehauptung, Kampf, Antrieb und Handlungsimpuls. Physisch reagiert er die Muskeln, das Blut hat mit den Zähnen zu tun, nämlich wenn es um den Akt des Zubeißens geht und symbolisiert außerdem unsere innere Armee des Immunsystems. Also auch hier geht es um Aktion und Überlebenskampf. Die Kräfte des Mars brauchen wir, um uns im Leben zu behaupten, die Initiative zu ergreifen und uns überhaupt zu bewegen und zu nehmen, was uns zusteht. Der Mars regiert den Wettbewerb, den Sexualtrieb, den sportlichen und kriegerischen Wettkampf. Er ist unser innerer Krieger, immer für uns da, wenn es brenzlig wird und wenn wir schnell handeln müssen, wenn wir unsere Kräfte mobilisieren. Er schenkt uns Mut und Stärke und gleichzeitig ist er auch unser innerer Sportcoach, denn er macht uns leistungsfähig und schwungvoll. Wenn es allerdings zu Spannungsaspekten mit Mars kommt, werden die Marskräfte stark gereizt und neigen zur Überreaktion. Dann besteht die Gefahr von Auseinandersetzungen, Konflikten und Kämpfen. Auf der körperlichen Ebene kann das mit einer überschießenden Immunreaktion oder Entzündungen einhergehen. Psychisch kommt es dann zu Gefühlen von Wut, Zorn und Frustration. Ein überaktiver Mars ist schwierig zu handhaben bei Auseinandersetzungen in Partnerschaften oder in der Familie, am Arbeitsplatz und überhaupt in allen Situationen, die eigentlich eher Diplomatie und Fingerspitzengefühl erfordern und in denen man einen Konsens erzielen möchte. Für uns moderne Menschen, für die es nicht mehr viel körperlich zu kämpfen gibt, sind die Emotionen von Wut und Zorn oft ein Problem. Sie wallen in uns auf und wir wissen nicht wohin damit und das endet dann damit, dass es uns auf den Magen schlägt oder wir nicht schlafen können oder wir Kopfschmerzen bekommen. Werden wir beispielsweise verbal angegriffen, beleidigt oder gemobbt, spüren wir Zorn, trauen uns aber nicht, den angemessen auszudrücken. Doch es gibt eine Formel, mit der wir uns dagegen wappnen können. Die Inspiration dazu stammt von der amerikanischen Neurowissenschaftlerin Dr. Jill Bolte-Taylor. Sie beschrieb, dass das Gefühl von Zorn und Wut in erster Linie eine alte hormonelle Reaktion des Körpers ist. Je nachdem, was unser Gegenüber sagt oder wenn wir angeschrien oder beleidigt werden oder auch wenn wir uns einfach über uns selbst ärgern, erzeugt das einen starken Stress, sodass der Körper reagiert wie auf eine Gefahrensituation für Leib und Leben. Er richtet sich darauf ein, entweder zu kämpfen oder zu flüchten und die entsprechenden Stresshormone werden ausgeschüttet, um uns in Alarmbereitschaft zu versetzen. Die Muskeln werden aufgepumpt und die Sinne geschärft, das intellektuelle Denken dagegen heruntergefahren. Das ist aber in einer Konfliktsituation, zum Beispiel in der Beziehung oder am Arbeitsplatz, nicht wirklich nützlich. Denn wir werden in den seltensten Fällen wirklich kämpfen oder flüchten. Wir müssen zur Ruhe kommen, um anschließend nachdenken zu können und wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Dann können wir uns die Situation vergegenwärtigen und angemessen reagieren. Lassen wir uns dagegen von Wut und Zorn mitreißen und schreien herum oder werfen mit Sachen um uns, bringt das zwar eine momentane Erleichterung, löst aber meistens das Problem nicht. Nun kommt die gute Nachricht. Die neurowissenschaftliche Forschung hat gezeigt, dass diese heiße Welle von Wut, Ärger und Alarmbereitschaft nach knapp 90 Sekunden durch unseren Körper hindurch gerauscht ist und spürbar nachlässt. Danach setzen die normalen Gehirnfunktionen wieder ein und der Geist klärt sich. Bedingung ist aber, dass wir den Stress und die Wut nicht gedanklich füttern, denn damit können wir sie verlängern oder sogar anstacheln. Wichtig ist, dass wir diese körperliche Reaktion während der 90 Sekunden nur wahrnehmen und beobachten, ohne sie in dem Moment zu bewerten. Das ist die 90 Sekunden Regel. Sich so zu verhalten ist sehr ungewohnt und erfordert große Achtsamkeit und Übung, aber es ist machbar. Ich habe es ausprobiert. Und so funktioniert die Übung. Im Folgenden möchte ich euch mit der 90 Sekunden Regel vertraut machen und ich habe daraus eine Übung entwickelt, damit ihr gut durch Zeiten mit schwierigen Maßaspekten kommt. Auch wenn ihr im Geburtshoroskop einen angespannten Maß habt, kann diese Übung sehr nützlich sein. Ob Maß schwierig gestellt ist, könnt ihr in eurem schriftlichen Geburtshoroskop nachlesen. Aber ihr spürt es auch, zum Beispiel wenn ihr mehr als andere dazu neigt, aufbrausend zu sein und anschließend ist die Atmosphäre vergiftet. Oder wenn euch immer wieder Situationen aufgrund eurer wütenden Reaktionen aus dem Ruder laufen. Oder wenn man euch nicht ernst nimmt, weil ihr hilflos herumschreit. Oder wenn die Wut euch blockiert und ihr gar nicht erst äußern könnt, was euch wichtig ist und worum es eigentlich geht. Wir alle kennen die Weisheit, bei Situationen von Ärger erstmal tief durchzuatmen. Interessant ist nun, dass die Neurowissenschaft diese uralte Weisheit bestätigt und mit einer Zeitangabe konkretisiert hat. 90 Sekunden. 90 Sekunden tief durchatmen, dabei keine wütenden Gedanken hegen, dann löst sich der Ärger von allein auf und macht Platz für gedankliche Klarheit und Weisheit. Im Alltag ist das sicherlich gar nicht so einfach, denn 90 Sekunden können ganz schön lang werden, wenn euch zum Beispiel jemand fortgesetzt mit fiesen Bemerkungen stichelt. Wenn ihr wirklich betroffen seid und den Zorn in euch aufsteigen fühlt, kann es ratsam sein, in so einer Situation den Raum zu verlassen und euch diese 90 Sekunden zu nehmen. Danach könnt ihr die Sache mit viel mehr Ruhe klären und außerdem hat dann auch euer Gegenüber Zeit nachzudenken, ob sein oder ihr Verhalten angemessen war. Es geht bei dieser Übung vor allem darum, euch darüber bewusst zu werden, dass Wut, Zorn und Ärger Emotionen sind, die kommen und auch wieder verschwinden. Ihr könnt lernen, euch davon nicht vereinnahmen zu lassen und euch nicht hineinzusteigern. Stattdessen könnt ihr die Ursache erkennen und anschließend angemessen reagieren. Folgendes ist ganz wichtig. Es geht bei dieser Übung nicht darum, Ärger herunterzuschlucken und euch gar nicht zu äußern, wenn ihr ungerecht behandelt werdet. Es geht auch nicht darum, um des lieben Friedenswillens einfach nur nachzugeben, sondern es geht darum, zuerst wieder gedankliche Klarheit zu erlangen, bevor ihr euch äußert. Und was ihr dann sagt oder wie ihr dann handelt, das hat aus dieser Ruhe heraus viel mehr Gewicht und Power. Auch dann, wenn ihr während einer Auseinandersetzung in der stärkeren Position seid, zum Beispiel als Chefin oder Chef, werdet ihr wahrscheinlich bessere Ergebnisse erzielen, wenn ihr statt mit Ärger oder Zorn mit gedanklicher Klarheit und Ruhe argumentiert. Und wenn ihr euch einfach nur über euch selbst ärgert, ist es auch besser, mit der eigenen Wut nicht die Menschen in der Umgebung zu belasten, die gar nichts dafür können. Und so sieht die Übung zur 90-Sekunden-Regel aus. Schritt 1. Mache dir bewusst, dass die Emotion von Ärger und Zorn mit einer Hormonausschüttung einhergeht, die sich vor Urzeiten schon entwickelt hat, um den Körper in Alarmbereitschaft zu versetzen. Diese Hormonausschüttung dauert etwa 90 Sekunden. Danach verebbt der Hormonstrom wieder und damit auch das Gefühl von Zorn und Ärger. Aber nur dann, wenn wir den Ärger nicht während dieser 90 Sekunden mit wütenden Gedanken nähren und anstacheln. Schritt 2. Mache dir bewusst, wie lange 90 Sekunden für dich sind. Zähle einige Male, wie viele Atemzüge du während 90 Sekunden etwa machst. Entwickele ein Gefühl für diese Zeitspanne. Schritt 3. Wenn du dich das nächste Mal ärgerst, dann nimm dir 90 Sekunden ohne wütende Gedanken. Nimm einfach nur das Gefühl des Ärgers wahr, ohne zu bewerten und zu beurteilen. Verlasse gegebenenfalls den Raum, falls jemand dich weiter provoziert oder verbal angreift. Warte 90 Sekunden ab, bis das unmittelbare Gefühl des Ärgers wieder nachlässt. Anschließend kannst du viel klarer über die Situation nachdenken, was das Gefühl ausgelöst hat und du bist auch deutlich besser in der Lage, sachlich und konstruktiv damit umzugehen. Du kannst dich entscheiden, dein Gegenüber nun in Ruhe darauf anzusprechen oder die Situation zu beenden und Konsequenzen zu ziehen. Du wirst nun bessere Entscheidungen treffen. Schritt 4. Übe diese Form von Achtsamkeit immer und immer wieder, bis du Erfolgserlebnisse dabei hast. Zum Beispiel beim Autofahren, wenn jemand vor dir herumtrödelt oder sich auf der Straße daneben benimmt. Oder in der Kassenschlange, wenn es wieder ewig dauert, weil jemand sein gesamtes Kleingeld zählt. Oder wenn dein Herz aller Liebster dich wieder mal aufregt. Die 90 Sekunden Regel zu üben, geht leichter als du denkst. Du wirst merken, dass du Situationen dadurch besser unter Kontrolle hast und dadurch steigt dein Selbstbewusstsein. Das waren meine Gedanken zur 90-Sekunden-Regel. Weitere Inspirationen von der Neurowissenschaftlerin Jill Bolte-Taylor verlinke ich euch in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Den Text zur 90-Sekunden-Regel könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier gibt es als PDF auf meiner Homepage zum Download. Ich hoffe, ihr könnt mithilfe dieser fantastischen Übung die beachtlichen Kräfte des Energieplaneten Mars in konstruktive Bahnen lenken, sodass sie euch Mut und Stärke schenken. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.